Ja und in der Nähe des Kampfgebietes, man muss es ja jetzt so nennen, ist mein Kollege Oliver Mayer-Rüth. Herr Mayer-Rüth, schildern Sie uns doch bitte erstmal die Lage vor Ort, wie Sie sie erleben. Also heute Morgen 8.40 Uhr, Ortszeit, hat die türkische Armee von Akçakale aus, hier stehe ich in der Stadt Akçakale, direkt an der syrischen Grenze, Richtung Tal Abiyat, Artillerie, mit Artillerie gefeuert. Es gibt die Information des türkischen Verteidigungsministeriums, dass dort in Tal Abiyat, das ist eben die syrische Stadt, direkt auf der anderen Seite der Grenze, jetzt türkische Bodentruppen operieren. Und man hört auch, dass dort eben inzwischen jede Menge Menschen unterwegs sind, die aus der Stadt fliehen. Ansonsten ist bemerkenswert, dass man von hier aus, von diesem Dach aus, auf dem ich stehe und direkt die Grenze beobachten kann, dass man immer noch die gelben Flaggen der Kurdenmiliz YPG, die eben jetzt von der türkischen Armee angegriffen wird, sehen kann an verschiedenen Posten. Also offenbar haben sich die Kurden noch nicht zurückgezogen, halten die Stellung. Worauf müssen wir uns da einstellen? Wird das sozusagen ein richtiger Krieg werden oder sind die Milizen von der YPG hoffnungslos unterlegen? Also ich gehe davon aus, dass man sich doch auf einen längeren Krieg einstellen muss, der mindestens mehrere Wochen, vielleicht sogar Monate dauern könnte, weil es geht ja um ein ziemlich großes Gebiet, das die Türkei einnehmen will. Der türkische Staatspräsident spricht immer wieder von einer Schutzzone, die ja insgesamt 30 Kilometer tief nach Syrien hineingehen soll, auf einer Länge von 420 Kilometern entlang, also sozusagen vom Fluss Euphrat bis zur irakischen Grenze. Und es sind dort mehrere hunderttausend Menschen betroffen. In diesem Gebiet sind eben die Kurdenmilizen und es gibt Regionen, die sind eher arabisch geprägt. Ich kann mir vorstellen, dass dort der Widerstand vielleicht etwas geringer ist gegenüber dem türkischen Militär. Aber es gibt eben auch solche Städte wie Kobane oder Kamishli und das sind kurdisch geprägte Städte. Und dort gehe ich davon aus, wird sich die YPG und diese SDF, zu der die YPG gehört, deutlich wehren gegen diesen Einmarsch, gegen diese Offensive. Was ist denn Erdogans langfristiger Plan? Also es gibt eigentlich zwei Hauptgründe für diesen Einmarsch aus Sicht Ankaras. Der eine ist, dass die YPG sozusagen eine Terrororganisation aus Sicht Ankaras ist, die zusammenarbeitet mit der ebenfalls als Terrororganisation eingestuften kurdischen Arbeiterpartei PKK. Und man hat eben die Sorge, dass die PKK gemeinsam mit der YPG in Zukunft von Syrien aus Angriffe organisiert und durchführt gegen das türkische Militär, gegen die türkische Polizei oder vielleicht sogar gegen türkische Zivilisten. Und das will man verhindern. Da hat Erdogan übrigens sehr viel Rückhalt. Zum einen im Parlament. Da gab es vor zwei Tagen nochmal eine Abstimmung, bei der auch die Opposition sich beteiligt hat, bei der man sozusagen zugestimmt hat, dass die Militärmissionen im Irak und in Syrien fortgesetzt werden. Und damit ist eben jetzt auch diese Offensive gemeint. Und dann weiß man auch, dass eben viele Menschen in der Türkei eigentlich diese Offensive unterstützen. Das ist der eine Grund, warum er jetzt hier diesen Einmarsch befohlen hat. Und der andere Grund ist, er will eben diese Schutzzone errichten. Und in dieser Schutzzone sollen syrische Flüchtlinge aus der Türkei angesiedelt werden. Bis zu zwei Millionen, das ist sein Ziel. Und da ist dann eben die Frage, ob das so ohne weiteres funktionieren kann. Denn es gibt auch sehr viele syrische Flüchtlinge inzwischen auch, die eigentlich lieber in der Türkei bleiben würden. Jetzt gibt es ja Bedenken, dass sich dieser Konflikt weiter ausweitet, dass sich beispielsweise die EPG mit Assad verbündet. Wie wahrscheinlich ist das? Möglich ist alles. Das ist allerdings auch davon abhängig, wie sich der russische Präsident Putin in dieser ganzen Situation verhält. Der türkische Staatspräsident Erdogan hat Putin ja in einem Telefongespräch versichert, dass diese Offensive für Frieden und Stabilität sorgen würde. Ich kann mir vorstellen, dass Putin dem Ganzen so lange zusieht, solange das Ganze in die Richtung geht, dass die US-Streitkräfte diese Region hier verlassen und dann eben nur noch die türkischen Streitkräfte hier sind. Und möglicherweise gefällt das einem russischen Präsidenten besser, als wenn hier US-Streitkräfte auf dem Boden sind. Aber ich kann mir eben auch vorstellen, wenn die türkischen Streitkräfte zu weit gehen und zu viele Menschen in diese Regionen fliehen, die im Moment eben vom Assad-Regime kontrolliert werden und von den Russen, dass man dann eben irgendwann Erdogan sagt, also jetzt reicht es und dann könnte es unter Umständen auch mit Assad-Truppen zu einem Konflikt kommen. Aber das ist doch Zukunftsmusik im Moment noch. Die USA hat ihren Einfluss komplett verloren durch den Rückzug? Ja, so sieht es im Moment aus. Also man weiß natürlich, dass immer noch hier Truppen in Syrien, US-Truppen unterwegs sind, stationiert sind. Von einem Komplettabzug kann man noch nicht reden. Aber eigentlich waren die USA immer eine Art Schutzmacht für diese Kurdenmiliz JPEG. Weil Erdogan hat ja schon seit Monaten angekündigt, dass er gegen die JPEG vorgehen will. Und das haben die USA durch ihre Präsenz hier an der Grenze eigentlich immer verhindert. Und indem sie jetzt der JPEG den Rücken gekehrt haben, haben sie die auch im Stich gelassen. Und es ist natürlich schon so, dass das türkische Militär der JPEG haushoch überlegen ist. Die Türkei hat eine Luftwaffe. Die JPEG ist lediglich am Boden unterwegs. Und auch wenn sie mit Waffen ausgestattet wurde von den Amerikanern, so kann sie doch dieser NATO-Armee, der türkischen NATO-Armee nicht die Stirn bieten. Oliver Mayer-Rüth war das, der für uns den Krieg, den neuen Krieg an der türkisch-syrischen Grenze beobachtet. Ganz herzlichen Dank.